äh äh so so vom feilen umzingen vom zeiger umzinget so gibts ne ne venusmesche ich brauch ne venusmesche ja ja verdammt schade schade man kann nicht alles haben aber man will alles was ist denn hier ich suche nach jemanden der mir hast du meine meine vorbeischung hallo das ich brauch alles was ich geben kann derzeit und du kriegst einmal die gottes lachs und miesmuschel aus da und das ich brauch mindestens eine krabbe oder irgendwas oder krebs krabbe keine ahnung irgendwas davon halt irgendwas davon halt irgendwas davon halt was ne narzisse meins ich wollte ne mine ne nimm mal schön blumen essen das bringt einem voran nein das bringt einen selbst voran ach keine ahnung irgendwas halt denkt euch was aus was dazu passt das bären bären ich mag bären ja das ist ein großer geschenk danke dir bitte tschüss zum ersten mal eine mine glaube ich ja fing schon gut hin was muss ich das eigentlich machen ja einfach wir kloppen alles kopf 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 Wooh Hero of the Year In the Scy... Scythe? Scrave? Halt. Englisch. Oh Gott. Kann ich keine Fackeln oder so? Geh. Geh mein. Das ist der Raum. Oh. Oh. Was ist das? Ich bin der... Oh Gott. Oh. Oh Oh. 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 Oh, okay. Ich bin. Ah. Tschüss. Tschüss. Besser Betrieb. Was war denn da? Bis 16 Uhr? Nein, glaube ich, oder? Nein, 18, 16, keine Ahnung, ich mach's morgen. Wer will mich da verarschen? Okay. Ich nehm's jetzt einfach mal hin. Einfach hinnehmen, nicht beklagen. Rause gehen, ins Bett fallen. Gute Nacht sagen. Spätzer... Ja, gut. Der Fotos wurde gespeichert. Ja. Komm wirklich. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierre la... äh, äh, Dünger verkauft. Warum du... warum schaust du nicht einmal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Trotzenboxen leisten, Pierre. Ich habe gesehen, dass du die alte Miene erkundet hast. So kannst du eine alte Fäge... kann ich schnell sagen. In der Zinschleim erledigt, ich weiß, kannst du dir einen Platz in meiner Abenteuerkilde verdienen. Pass auf dich auf, Marlo. Und... Davon 1 Davon 1 Davon 1 Davon 1 Davon 1 Aufnehmen Das ist das Ende, das ist der Bruch Hacke Brüge Brüge, komm Ich kies keine Masse auf Wachsit Wachsit und geteiert Vermehr durch Vermehr ist nicht so Ich wieder Ich jetzt Ah, ich mag das. Dass die Bücher Bären tragen. Dass die Bäume pink sind. Und immer noch vieles mehr. Ach, das ist alles Türen hier. So. So, acht. Was ich insgesamt dazu machen kann. Komm, Tag, woher sollen wir das wissen? Keine Ahnung, hier schaut was hier. Das ist meine Schuld, wenn ihr nichts wisst. Da ist auch die Treppe. Ja. 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 Na, ja. Ja. Was ist das? Okay. Ja. Elke Seite. Ja. Ja. Töten. Töten. Dass ich so viel Kupfer jetzt finde. Absolut nicht. Oh ja. Was tausche ich mal? Oh ja. Oh ja. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Glaube ich. Also das Gebiet Harz ist schon mal wichtig. Aber das Harz ist nicht wichtig. Weil es bringt nichts. Es ist... Ähm. Was ist es? Es ist... Es ist es nicht wert. Genau das. Ja. Helfriges Kopfdecken. Es ist's. Es ist wie viel Töten. Wann ist das? Wenn du dich nicht schraubt hast. Was ist das? Das wird doch nur was. Riecht den Kaul überschne. Vielleicht haben sie eh wieder so. Das... Das packen wir mal. Ja. Ich hab ne Belohnung. Belohnung. Da. Schau'n ob er mir strengt ne Venusmische rumnimmt. Ja. Mische. Mische. Wahrscheinlich liegt hier jetzt alles rum außer ne Venusmische. Bei meinem Glück. Oh es liegt gar nichts rum. Ist auch was tolles. Oh Gott. Jetzt mach ich dich entsetzen. Wie komische Geräusche von sich geben. Das kann ich. Ja. 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 Seit 69 Jahren habe ich diese Grünacke gesucht. Warum her geht der denn manchmal nicht? Das nervt an. Kopfjuck. Alter! Yummy. Ich wollte so gut gehen. Äh. Kleine. Kleine. Ja, weiß ich so gut gehen. Ja, ist genau drauf. Mann, ist das spannend. Das ist kaum auszuhalten. Das ist also nicht Müllpfanne. Ich denke, ich halte hier um oder so. Ich bin hier erschöpft. Ja, ja. Ich bin hier erschöpft. Ich sag ich meine grün irgendwie. so spannend wie ein... wie ein stein im waldraum keine ahnung genau so fühl ich mich dort schlummer 8? oh gott ach mein zeitgefühl ist irgendwie... nicht wieder sehr gut schlummer steht hier alles im kölber Äh, Aquarium. Nein. Ähm, nein. 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 Natürlich nicht. Warum auch? Nein. Jetzt geht es einmal sleepen. Oh, Hund. Ja, Hund. Ah. Yay. Gut. Ich lebe schon. Da kann Friedrich. Der Frisch ist gespeichert. Ich habe keinen Haaren. Oh Gott, dann kann ich sogar nicht gehen. Was haben wir hier so? Ja, gut. Keine Ahnung, ist das alles anders? Aber, äh. Große Hosegobel. Blobos. Bube. Der Hosegobel. Kastenik. Ein paar Katoschkis. Ein Blumenjörn. Ach so, hast du. Äh, das ist ja. Ein Wunsch. Sie ist knackig. Ich ist psychisch. Du bist so sehr, sehr einfach. Ein Wunsch. Du bist so schön. Ich will keine Krähe. Ja, hm. Ich muss die grüne Krähe, okay. Ich will keine Krähe. Was ich gehört? Ich glaube, ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Sucht Schleimjäger, gut. Schleimjäger, gut. Ich will nicht alles haben. Ich find alles, aber nicht das was ich will. Ist das nicht toll? Es ist so toll. Wie soll ich erzählen? Ich hab keine Ahnung. Gute Ruhe, da. Erstmal gebe ich den Blumenkull ab. Ich lass das erstmal los. Ja. Blumenkull. Ich glaube sonst kann ich nichts ergeben. Vielleicht nochmal groß angelegte... ...Passinaten... ...anbau. Damit ich halt diese... ...weiteren Goldstern-Passinaten bekomme. Mal schauen. Wir werden sehen. Wir werden alles sehen. Irgendwann. Tschö. Tschöss. 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 Na gut, gießen wir mal. Eine Idee. So. Habe ich noch irgendwas... ...was ich am Standzug? Entschuldigt mich. Aber jetzt erst mal... ...eine... ...auf hin. Sollen wir es halt machen, aber... ...ne... ...bund ist jetzt hier mit der Ebene... ...die losgekommen. He... ...auf mache ich mal. Ich hoffe. Na komm mir vor. Ich glaub das Wetter kann jetzt nicht schaden. Naja, natürlich. Naja, natürlich. Knirsch. 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 Bis zum nächsten Mal.